Heute geht es beim Test um einen Zustiegsschuh. Und nicht um irgendeinen Zustiegsschuh, sondern um den Scapa Mescalito. Was der kann und was er nicht kann, das schauen wir uns jetzt im Detail an. Kommen wir immer zuerst mal zu den harten Fakten. Den Scapa Mescalito kann man einmal in der GTX und einmal in einer Variante ohne Membran kaufen. Nettes Angebot, aber leider irgendwie trotzdem etwas daneben. Denn den größten Sinn macht eine fehlende Gore-Tex vor allem dann, wenn der Schuh atmungsaktiver sein soll. Nur leider hat der Mescalito durch den extrem robusten Aufbau und die Lederkonstruktion eben auch ohne Gore-Tex kaum zu luftigen Höhen verhäufen. Er bleibt immer noch warm, dick und mittelmäßig belüftet. Insgesamt 110 Gramm schleppt ihr mit der GTX Variante mehr mit und 30 Euro legt ihr nochmal drauf. Das bringt uns aber gleich zum nächsten Punkt, nämlich zum Gewicht. Die membranlose Variante wiegt im Halbschuhformat ganze 780 Gramm. Und das ist für einen Zustiegsschuh weder extrem schwer noch extrem leicht. Also ein durchschnittlicher Schuh. Aber dieses Gewicht, das muss ja irgendwo herkommen. Und das schauen wir uns jetzt an. Verbaut wurde hier 1,8 Millimeter Leder, nämlich Vollleder. Da hat Scapa nicht gespart und rundum das Leder verbaut, womit rundum die klassische Robustheit und wasserabweisende Fähigkeit des Leders garantiert wird. Wasserabweisende Fähigkeit? Dabei ist das doch gar kein GTX-Schuh, dachte ich. Oder trifft das nur bei dem zu? Nein. Denn Leder hat auch ohne das Gore-Tex die faszinierende Eigenschaft, Wasser und Feuchtigkeit im Allgemeinen gut vom Eindringen abzuhalten. Nachteil ist eben, dass Leder am Gramm pro Quadratzentimeter, Vergleich gegenüber Synthetik, schlechter abschneidet. Bedeutet also, mehr Fähigkeiten bedeutet auch irgendwo mehr Gewicht. Aber beim Aufbau sind wir ja noch nicht fertig. Denn es gibt ja noch die gute Sohle und die Zwischensohle. Die Sohle ist der weiche Vibram Megagrip, den kennen wir aus anderen Schuhen zuhauf. Es handelt sich um einen weichen Gummi, der dadurch sehr anpassungsfähig am Fels ist und trotzdem nicht allzu schnell spröde wird. Gute Wahl hier. Aber nun kommen wir zur Mittelsohle. Und hier finden wir wieder die gute alte Eva. Und auch diesmal bin ich hier genauso abgeneigt gegenüber wie beim TX4. Aber dazu komme ich nochmal gleich am Techniktisch. Das Futter ist ein klassisches Polyesterfutter, wie man es ebenfalls aus tausenden anderen Schuhen kennt. Geröllschutz im üblichen Sinne hat er keinen. Er hat aber vorne an der Zehnbox einen dünnen, harten Gummi hochgezogen. Das ist ganz praktisch. Das Velourleder macht aber bezüglich Abrieb im Geröll eigentlich eh alles richtig. Auch in der Seitenstabilität überrascht er hier deutlich mehr, als ich es erwartet hätte. Doch die Daten und das Papier, ja, das ist alles recht geduldig. Wie schaut er aber in der Praxis aus? Wie fühlt er sich an und an welchen Ecken und Enden habe ich im ausgiebigen Test auf Klettersteigen, beim Klettern und im Schnee Probleme entdeckt? Das erzählt euch jetzt wie immer Sebastian vom Techniktisch. So, Dankeschön wie immer für die wunderbare Überleitung. Wir schauen uns im Scapa Mescalito jetzt natürlich nicht den Schaft an. So nicht so wie immer, denn wir haben ja hier das erste Mal am Techniktisch einen halb hohen Schuh. Ich bin auch ganz aufgeregt, so wie ihr. Wir fangen natürlich trotzdem vorne an, arbeiten uns zurück, schauen uns dabei die Sohle ein bisschen an und natürlich die Schnürung und den Einstieg. Damit können wir uns dann auch kurz beschäftigen. Wir haben beim Scapa Mescalito ein, meiner Meinung nach, gut gelungenes Konzept, was den Geröllschutz betrifft. Und zwar haben wir nämlich rundherum oder ziemlich rundherum eine solide Gummischicht bzw. hier eine verhärtete Gummischicht über dem Leder nochmal drüber geklebt zum Schutz des Leders bzw. eben als klassischen Geröllschutz, wie man das normalerweise von Hochtourenschuhen oder auch klassischen Bergschuhen kennen würde. Grundsätzlich muss ich sagen, dass mir die Idee sehr, sehr gut gefällt, denn Gummi ist, gerade wenn das jetzt kein super weicher Gummi ist, gegenüber Steinen, Geröll und so weiter, wirklich, wirklich robust. Und dementsprechend hält das dann auch was aus und ich muss mir da auch bei Geröllabfahrten keine Sorge machen. Und das ist der erste große Punkt, bei dem ich sagen muss, er ist deutlich robuster, als ich mir vorgestellt habe. Also die gesamte Oberflächenkonstruktion hält wirklich viel aus, Geröllabfahrten, Felskontakt, alles mögliche. Also da sehe ich überhaupt kein Problem. Es ist aber ein Lederschuh, man merkt das. Man braucht hier keine super speziellen Synthetikaufbauten, damit das dann nach was ausschaut und dass das robust ist, sondern das funktioniert ganz für sich alleine so. Bei der Sohle, gut, da kann man sagen, man sieht das Problem vielleicht ein wenig. Man kann es vielleicht erahnen. Wir haben hier den weichen Vibra Megagrip Gummi und genau der sollte auf so einem super robusten Schuh mit so einem super robusten Oberteil oder mit einer super robusten Oberfläche einfach nicht sein. Also Vibra Megagrip ist ein weicher Gummi und der weiche Gummi, der nutzt sich relativ schnell ab. Das heißt, wenn wir viel Strecke hinter uns bringen, dann wird dieser Gummi uns nicht lange begleiten. Das ist eigentlich, mein Modell hier ist jetzt das beste Beispiel dafür, denn wir haben wirklich schon eine starke Abnutzung am Profil. Das heißt, das Profil wird jetzt merklich weniger und das nach 150, 200 Kilometern. Das sind, ja gut, das sind vielleicht 15 bis 20 Bergtouren. Das ist jetzt nicht so viel, ich meine, kommt natürlich darauf an, wie viel man damit macht, aber gerade im vorderen Bereich, da nutzt sich das Profil wirklich schnell ab. Das ist einfach der weichen Sohle geschuldet. Zwischensohle ist natürlich immer so ein Thema. Wir haben ja, wie schon besprochen, die EVA Zwischensohle und ja, die ist natürlich zu weich. Also das sage ich ganz ehrlich, für Geröll und Fels und viel Gehen ist sie einfach nicht robust genug. Das heißt, wir haben oben den perfekten Geröllschutz und unten eine Sohle, die im Prinzip alles zunichte macht, was oben richtig gemacht wird. Das bedeutet gleichzeitig, wir haben oben einen Felsschuh und unten einen Wanderschuh. Und ich finde die Kombination, die geht einfach gar nicht. Ich finde, das hat so ein bisschen was vom TX4, wo ich ein ähnliches Problem habe, der ist oben schön robust, hat relativ wenig Abnutzungsstellen, aber unten die Sohle, das funktioniert einfach nicht. Das ist zu weich und man erkennt das, ich werde euch das dann vielleicht auch nochmal im Detail einblenden, man erkennt einfach das, da erkennt man einfach die Risse in der gesamten Zwischensohle. Man sieht, dass das ganze Material hier spröde wird über die Zeit, das ist nicht nur Abnutzung über Fels und Geröll, sondern wir reden hier von einer spröden Materialabnutzung, die nichts mit dem Nutzen selber zu tun hat, sondern wirklich rein durch die Lebensdauer bedingt ist und da sehe ich definitiv Nachbesserungsbedarf. Ich finde, das ist nämlich ein super Schuh oben, damit er stabil und langlebig sein könnte, wenn man hier eine bessere Zwischensohle eingesetzt hätte. Haben sie aber nicht gemacht. Naja, Schnürung hat sich der Scapa Mescalito definitiv deutlich gegenüber der Konkurrenz durchgesetzt. Wir haben eine Schnürung bis ganz nach vorne an die Zehenspitze fast, die wir sehr individuell anpassen können. Ganz klassischer Paracord, wie man das bei Schnürbändern eben kennt, kann man auch austauschen. Das funktioniert problemlos. Die Ösen sind leider nicht dick genug für Rebschnüre. Es gibt ja Leute, die sich gerne Rebschnüre als Schuhbänder verwenden. Die passen da leider nicht ganz durch. Finde ich ein bisschen schade, ist aber sowas, das ist nicht unbedingt notwendig. Die Schnürung ist wirklich individuell und flexibel anpassbar und wenn man sagt, man braucht den Schuh wirklich eng und tight, dann kann man das genauso machen, wie wenn man sagt, ich möchte den locker und dass ich sehr viel Spielraum drinnen habe. Bezüglich Passform kann ich definitiv sagen, es ist ein normal bis breit geschnittener Schuh, der vorne relativ spitz zuläuft. Also das ist ein ganz, ganz klarer Unterschied zum TX4 von La Sportiva. Wir haben hier einfach einen durchschnittlich breiten vorderen Fußbereich, der dann aber relativ schnell zusammenläuft. Das bedeutet, hier habt ihr vielleicht ein paar Probleme mit einem breiten Fuß, mit der kleinen Zehe, die dann einfach so ein bisschen reingeschoben wird. Ihr kennt das Problem vielleicht auch vom letzten Review vom La Sportiva Trango Tower, das oben beim i, könnt ihr euch das mal anschauen. Da haben wir ein ähnliches Problem. Beim TX4 wurde das besser gelöst, da haben wir wirklich bis vorne hin einen sehr, sehr breiten Aufbau und haben nicht diese spitz zulaufende Form. Gut, das ist eben Fußform bedingt, für schmale Füße ist der definitiv interessanter als der TX4 und für normale Füße ebenfalls für ganz breite Füße, ja weiß ich nicht. Muss man eben schauen, da ist die Passform dann etwas schwierig. Hinten die Ferse, ganz normale Skapa-Ferse, wie sie auch bei anderen Modellen verbaut wird, nichts Spezielles. Sie ist eine relative Allrounder-Ferse. Einzig, was mir aufgefallen ist, dass man hier im Inneren das Problem hat, dass die Konstruktion unter der Polsterung hier, die die Zunge und der Einstieg hier haben, ist es relativ hart. Und dann kommt diese Polsterung vom Einstieg und dieser Übergang, der kann manchmal zu wetzen beginnen. Das bedeutet, dicke Socken sind wahrscheinlich ein Muss bei dem Schuh. Mit sehr dünnen Socken wird man nach längeren Touren wahrscheinlich hinten an der Ferse rote Stellen haben und das ist dann eher unangenehm. Generell muss ich sagen, dass das Innenleben ist wirklich sehr rustikal aufgebaut und sehr minimalistisch. Ich glaube, das liegt auch daran, weil man versucht hat, möglichst viel Gewicht wegzusparen, was bei dem Schuh natürlich, ja gut, man versucht natürlich dann das Beste noch rauszuholen. Aber naja, bei dem Gewicht, weiß ich nicht so ganz. Verarbeitungsqualität ist top. Das kann man so einfach sagen, wenn man jetzt mal das Problem mit der Zwischensohle einfach mal ausblenden möchte, dann kann man sagen, dass der Mescalito nirgends wirkliche Problemstellen hat. Er hat natürlich über das Jahr und über die vielen Touren, die ich mit ihm gemacht habe, einzelne kleine Löcher, wo vielleicht auch die Klebestellen nicht mehr so perfekt halten oder so. Aber grundsätzlich muss ich sagen, das ist ein genial aufgebauter und wirklich robuster Schuh. Es ist ein Lederschuh, von dem erwarte ich auch nichts anderes und er ist nirgends so konzipiert, dass ich sagen würde, ah, da hat er so eine Sollbruchstelle. Das schaut nach geplanter Obsoleszenz aus oder sowas überhaupt nicht. Er ist einfach wahnsinnig robust und er ist für die Dauer gemacht. Das einziges Problem ist eben die Sohle und da möchte ich eben nochmal kurz darauf hinweisen, wenn ihr euch diesen Schuh für Wanderungen und Co. zulegt, für leichte Wanderungen ist er ein absolutes Must-Have meiner Meinung nach. Ihr habt oben den Vorteil, dass selbst wenn es mal regnen sollte, ein wenig regnen sollte oder wenn mal die Pfütze etwas tiefer ist, dann habt ihr überhaupt kein Problem mit der Lederkonstruktion und mit der Vibramsohle. Da ist alles dicht. Auch ohne Gore-Tex müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen, dass ihr da, abgesehen von strömendem Regen und Schneefall etc., seid ihr da trotzdem auf der sicheren Seite. Das ist jetzt die GTX-Version. Ich muss sagen, die ist brutal warm innen. Also brutal warm. Ich würde die im Sommer eher nicht empfehlen, sondern da würde ich eher ohne Gore-Tex-Membran mir den anschauen. Aber ich habe es eh schon vorher erwähnt, die Gore-Tex-Membran ändert an der Belüftung nicht wirklich was. Das ist ein Lederschuh, der ist nicht belüftet. Also zumindest nicht wirklich. Optisch gut. Geschmäcker sind verschieden. Wunderschön ist er nicht. Also Schönheitspreis gewinnt er definitiv keinen. Da gibt es von Skapa und aber auch von anderen Herstellern Schuhe, wo ich sagen würde, die schauen besser aus. Also zu meinem Hochzeitsanzug wird der definitiv nicht dazu passen. Aber das muss er ja Gott sei Dank auch nicht. Wenn man jetzt nicht so auf die Optik schauen will, dann kann man sagen, dass der definitiv einer der besten Zustiegsschuhe ist, die es gibt. Einzig und allein das Problem ist eben, dass er meiner Meinung nach etwas zu schwer ist für einen Zustiegsschuh im klassischen Sinne, wie man ihn aus dem Alpinklettern zum Beispiel verwenden würde, dass ich mir den dann wirklich hinten an den Gurt dran hänge, klettere meine Meter und dann im Abstieg nehme ich mir den zur Hand. Ich finde ihn dafür zu schwer, zu klobig, zu nervig. Er ist relativ hart. Also für einen Zustiegsschuh ist das schon relativ, relativ hart. Beim Gehen merkt man es Gott sei Dank nicht so, aber auch hinten bietet er relativ wenig Flexibilität dafür, dass wir nur eine EVA-Sohle und eine Mega-Grip weicher Gummi haben, ist er trotzdem relativ steif geworden. Ist wahrscheinlich auch bedingt dadurch die Tatsache, dass wir hier einmal rundherum so einen Gummischutz, soll Geräuschschutz haben und dann nochmal die Lederkonstruktion. Das macht das Ganze insgesamt auch nochmal etwas steifer. Insofern, naja, bei mir kommt er für die alpinen Klettereien hinten ein Gurt definitiv nicht mehr zum Einsatz. Dafür ist er mir einfach zu schwer und zu klobig. Da finde ich deutlich leichtere Schuhe trotzdem immer noch angenehmer. Von der Langlebigkeit her würde ich ihn grundsätzlich schon empfehlen. Man muss sich aber immer einfach überlegen, wie lang wird mich diese Zwischensohle und vor allen Dingen dann unten die Mega-Grip-Sohle von Vibram tatsächlich auf hartem Fels im Geröll etc. begleiten. Für die ersten ein, zwei Jahre, klar, da muss ich sagen, ist er wahrscheinlich ideal. Und da ist er dann dementsprechend auch ein echtes Arbeitstier und kann ordentlich hergenommen werden. Und man muss sich nicht Sorgen machen um Löcher, um Klebestellen oder sonst was. Aber danach, ja, wird schwierig. Denn, naja, vielleicht wird sich dann irgendwann mal die Zwischensohle verabschieden. Oder es könnten auch dann hier einzelne Löcher zwischen der Verbindung von Sohle und Zwischensohle entstehen. Ich sehe es auf jeden Fall in den Abnutzungsstellen hier an der Seite, dass das definitiv bald mal passieren wird bei dem. Und der wurde eben so 150 bis 250 Kilometer weit getragen. Und ich finde, das ist für einen Schuh nicht so viel. Also ich finde, da könnte man schon noch ein bisschen länger damit gehen. Fazit ist aber, er ist definitiv einer der robustesten Zustiegsschuhe, die ich jemals gesehen habe. Er ist zwar etwas rustikal, aber er ist stabil. Er bietet einen wahnsinnig guten Seitenhalt durch den entsprechenden Aufbau. Und dementsprechend kann ich nicht viel Negatives zum Hands-on per se sagen. Und auch zur praktischen Anwendung muss ich sagen, er ist gemütlich, er ist robust, er ist sehr verlässlich und, ja, gut, langlebig. Naja. Aber das war es im Großen und Ganzen. Fazit guter Schuh. Aber jetzt nochmal zurück zum Einsatzgebiet und zu weiteren Details zu Sebastian. Das Anwendungsgebiet beim Mescalito ergibt sich also eh wie von selbst. Alles, was anspruchsvoll ist, wird er zwar solide mitmachen. Es bleibt, wie auch beim TX4, aber eben die Frage, wie lange er darauf wirklich Lust hat. Er hat sich in den Tests stets robuster und fester angefühlt als der TX4. Vor allem, was den Seitenhalt und den Einfluss von Geröll und Co. betrifft. Dass die Kombination EVA und weicher Sohlengummi einfach nicht auf die Langlebigkeit schlechthin ausgelegt ist, ja, das stört mich persönlich schon. Aber man sollte ihn einfach nicht absprechen. Für die ein, zwei Jahre, die er an eurer Seite mit euch geht, wird er definitiv eine tolle Figur machen und tollen Grip bieten und eine gute Dynamik. Außerdem kommt er euch, selbst in der Nicht-GTX-Variante, als relativ feuchtigkeitsresistent, wenn auch nicht als ganz wasserdicht, was ganz nett ist. Für das Klettern werde ich ihn aber jedenfalls nicht mehr an den Gurt hängen, dafür ist er einfach zu schwer und zu ungut. Hätte man das Velourleder durch eine Synthetik-Konstruktion ausgetauscht, hätte man sich im Bereich der Sohle keine Verschlechterung der Langlebigkeit verursacht, aber man hätte trotzdem einen deutlich leichteren Schuh auf den Markt bringen können. Denn am Ende des Tages habe ich nichts davon, wenn die Sohle inklusive EVA-Zwischensohle hin ist, aber das Leder top in Schuss. Preislich gestaltet sich der Mescalito ziemlich angenehm. 169 Euro oder 199 Euro in der Gorotex-Version sind dafür hinzulegen. Und dafür, dass man dann zwei Jahre intensives Bergsteigen kann, ist das eigentlich ganz in Ordnung. Einziges Problem sehe ich definitiv für Gelegenheitsbergsteiger. Die Sohle wird nach zwei Jahren nämlich wohl anfangen, spröde und rissig zu werden und das EVA als Mittelsohle ebenfalls bruchanfällig. Damit hätte sich der Preis dann aber schon wieder eher nicht rentiert. Also für intensive Bergsportler im einfachen alpinen Gelände, hui, für seltene Wanderer mit etwas alpinem unterwegs sein, naja, pui. Da sollte man dann vielleicht nach langlebigeren Mittelsohlenkonstruktionen Ausschau halten. Wenn euch dieser Test gefallen hat, dann wisst ihr ja Bescheid, dass die Alpenberg Academy abonniert sein sollte. Ich danke euch wie immer, dass ihr bis hierher durchgehalten habt. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit und bergheil!